es hilft so wie auch nein strategie mit mehr kopf mit mehr gehirn und so also weniger nur wohl kürnzü Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 You won't get hurt in any ways, and even when you make a mistake, we can start all over again. Are you sure I won't get hurt, Liz? The place you are about to enter is, simply put, a virtual... ...all reality. You won't get hurt. You won't get hurt in any ways, and even when you make a mistake, we can start all over again. Jeez, I was just kidding, Liz. Relax. Thanks to our advanced technology, we are able to solve unsolved murders by simulating the crime scene. Uh, hey, Liz? Yes, Oliver? Let's just determine a safe word for us, just in case, okay? Look, um, I don't know. Teddy Bear? Okay, Oliver. Teddy Bear it is. Thank you. I'm now simulating the file assigned to you to solve your mystery of the murder, the file D. You may have to look closely to see some details. Congratulations, you now know how to see details. There may be some evidences behind closed doors, in drawers or cabinets. You have to make sure you check everywhere for the evidence. Also, I have left a present in the drawer for you. Good. Looks like you opened the drawer. There should be a lighter there for you to examine. Please take the lighter to inspect. This looks like an object of evidence. You should carefully examine the objects of evidence. Congratulations, I'm adding this item to your inventory now for you to use. That's great. This is my lighter. Feels good to have something of my own here. Remember, if you turn too fast or if you keep it burning for a long time, it may leave you in the dark. Also, you can see the evidences you found and take a look at them again, just in case you miss something. Okay, we are a detective in a VR-Dings-Welt. Und können quasi Pelle lösen. Sie gibt mir aber in einem High-End, also wirklich, die bin brutal seinem Vater Hightech, ein Feuerzeug. Lastly, you can take a look at the notes you took and review your thoughts on the events here. We are ready to begin now, no. Hey, Liz, are you there? Liz, are you there? Shit, shit! I was just kidding, Oliver. Oh, you got me this time. Ah, let's get this over with. In fact, me tell us. ... ... ... ... I'm losing a crime scene eh yeah yeah was soll Evidence darstellen jetzt was soll ein Beweisstück darstellen eine Spritze oder was das Game ist ein bisschen weird Bank of Cigarette an old brand from the look of it ein das was soll das quiz jetzt wieder so ein game was ich echt ja ich weiß nicht mal es zieht sich echt wieder zu lange alles ich muss jetzt jedes objekt anfassen ist echt ärgerlich also jedes objekt muss ich anfassen drehen ob es in evidence ob dein auge ist ja Ich werde schnell verkleinern. Das wäre jetzt die perfekte Möglichkeit ein Jumpscarein zu haben. Oh, das muss ich nicht vergessen. Oh, es ist locket. Ist jemand da? Ah, shit. Okay. Wieso? 357 Magnum. Es ist ein Wunscher. Du kannst mich nicht weit von hier. Teddy bear? Verdammt. Wir haben unser Safe-Wort benutzt, aber sie hat nicht darauf reagiert. Das ist echt ekelhaft. Okay, aber, oh mein Gott. Ich weiß nicht, es ist halt schwierig, etwas herauszufinden. Ich weiß nicht, dass ich sie verloren habe. Ob ich da rein will? Ein Lockpick, das hier mit einem Schuss zu öffnen kann. Annen Sie, kim? Ich sehe dich. Okay. Das grüßelig. Schlimm. Das war echt null grüßelig jetzt. Das war definitiv hier. Ja. Locked. Just was ich dachte. So. 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 Ich will nicht wissen, was für die Menschen die experimentale Medikation gegeben haben. Die Beobachtung. Natürlich, die Beobachtungen nicht mehr zu finden. Oh, shit, it's locked. What was that sound? Ring around the road, it's got to blow the poosies. Oh, shit, oh, shit. Oh, shit, 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 oh, shit. Oh, shit, 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 oh, shit Ich meine King, alles gut bei dir, Bro. Jesus. Jesus. Are you ready to play? Wallah, ja. Sagen wir nicht wieder. Was machen? Was machst du die ganze Zeit Licht aus? So, wir sind willkommen, willkommen zu der herzlichsten, willkommen in einem kleinen Krankenhaus drin. Was machen wir hier? Ja, das ist eine Slaughterhouse. Die lacht wie Ocken. Ey, aber ein kleinen Pfotzer. Kahn. Du hast Pen & Paper gespielt. Kocum. Du musst... Du musst abgehärtet morgens. Was? Du hast mit mir Pen & Paper gespielt. Das war viel gruseliger als das. Was? Scheint wir müssen reformen. Doch nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Das sieht hier echt schlimm aus. Hier wurde er. Der Passwort sollte irgendwo geschrieben werden. Kein Problem. Komm, wir suchen ein Passwort. Wenn wir keinen finden, wisst ihr Bescheid, was ich machen muss. Na, 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 na. ileurscheidea Das ist irgendwo gesch làm. Die Aktion 454. Du glaubst was. Ja, itchile dein Leben. Ich muss erst kurz was nacken. Ja, ich komm gleich. Na, 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 na nana. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na na, 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 na. Na, 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 na. Na und. 1981 Wesson Magnum, Standard issue police gun, carried by a lot of officers around this area, this is the 357 bullet I found earlier, I have one of these babies as well. Seid mal ehrlich, habt euch erschrocken, bitte seid mal ehrlich, kommt habt euch erschrocken, war das gruselig für euch. Dein Herz, was? Dein Ernst? Auch kein Laber, nicht Bro, da war nicht mal Sound dabei. Also die hätten diesen Jumpscare kurz mal zusammen zu fassen. Dieser Jumpscare hatte so viel Potential, aber es hat verkackt am Sound einfach. Es ist zu leise das Game. Habe ich irgendeine Vorstellung getroffen oder was? Nein, es ist auf Max Lautstärke. Ich kann es nicht hörstellen. Es ist abnormal, so lame einfach. I don't know. Ich finde das Game, keine Ahnung. Es hätte mega krass sein können. Das war nichts. Das ist das gleiche Ort. Ich stelle jetzt herum. Es ist wie eine verdammte Maze. Ja, verdammt, es ist lockt. Ah, Schabir, du kannst Moiskan fragen wegen Samstag, weil er ist ja das erste Mal dabei bei Pen & Paper. Also Schabir, Moiskan kann dir vielleicht ein paar Tipps geben, weil er war auch das erste Mal dabei, letztes Mal bei Pen & Paper. A Pen & Paper. A Pen & Paper. On this Sunday. A Pen & Paper. 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 ich glaube in dem geben kummer das geben so ist natürlich darauf die ganze weil die jams geht so useless und irgendwann kommt ein jams geht ein leben jetzt im moment alles einfach weg gedrückt im moment psychologie wird jetzt zu lange dauern man das tipp würde zu lang oh man ich habe wieder rausgetappt obwohl es vollbild ist meine maus geht raus aus dem bildschirm man wg abcd fg weg begging in mein punishment cell hast du nichts zu suchen du bist in meinen links wie wiedergutmachung 938 938 denke ich 938 auch nicht ja was soll es sonst abc de fg nicht mal dafür dass wir kommen und die lom auch an dich herzlich kommen aber das geht auch nicht kommen dank für den 100 bits das geht auch nicht 938 geht auch nicht was soll das sein das mit euch zu tun irgendwann flüstert da hinten gell was soll dann was soll dann mir geht es mir geht es gut wie geht es euch blenden vielen dank die frage mir geht es gut wir versuchen gerade ein kleine rätsel zu lösen hier also ich versuche beziehungsweise diese ruhe zu öffnen ok dann machen wir es anders hier b e g b ist 3 e ist 7 g ist 2 3 7 2 ok dann machen wir es auch nicht mehr schaden und berg krieger ihr müsst kommen dann nicht ein moralis roman vielen lieben dank wirklich vielen dank für den support dankeschön gott möge dir das zehnfache geben ich hoffe du kriegst das zehnfache zu danke sehr wirklich mit dem ja musst du wirklich alles kommentieren als bis 12 24 24 ich habe einen aha sehls das place gives me the chills trafis foster das match with this one er hat zumstatt pen und paper Richtig reißelnd, oder? Gleich Zeit, gleich Ort. Da hinten. Ah, dann ist sie da hinten. Ich glaube, wir sollten uns hinsetzen. Oh, Jesus. Ich glaube, wir sollten uns hinsetzen. Jetzt muss ich wieder Gas aufnehmen gegen euch. I see you. Ich hab doch gerade Fallshot angemacht. Ja, mach dich auf. Was ist das für ein Gamebruch? Das ist das neue Tetris, was wir gerade zocken. Okay, come on, pull yourself together. Pull yourself together. Okay. 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 Ich trau mich, ich laufe in die andere Richtung. Oh, dieses Power-Zug anmachen, ausmachen, es triggert an, das krass. Fuck. Ich weiß nicht, was sie falsch gemacht haben, aber es catcht einen nicht, man. Ich weiß nicht, was sie falsch gemacht haben, aber die Jumpscares catchen einen nicht. Das finde ich schade, das war auch wieder ein geiler Jumpscare. Aber es, da fehlt so, entweder dieser Sound, dieser Sound fehlt, oder dieser, ich weiß nicht, irgendwas fehlt da, dass dieser Jumpscare dich catcht. Da fehlt irgendwas. Die Atmosphäre ist cool, das mit dem Feuerzeug ist ein bisschen nervtötend. Aber gut, das ist ein Game-Mechanik. Welcome to the Family Sound. Ghost Host, danke für dein Feuer, herzlich willkommen. Du bist einfach abgehört. Chief Sheriff, mal eine ehrliche Frage an dich. Hast du dich erschrocken an dem Jumpscare gerade? Ja, man, das ist viel zu verhäuse. Hast du dich erschrocken an dem Jumpscare gerade? Weil, es liegt nicht an mir, ich bin nicht, also ich weiß, gut, ich habe über, ich habe viele Horrorspiele gespielt, das ist richtig. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich erschrocken habe, jawollah, echt jetzt. Dann bin ich scheiße. Und Musik macht auch viel aus, aber Musik ist gar nicht vorhanden. Ich habe das auf Endstufe, es geht nicht lauter. Und Musik gibt es nicht, es gibt keine Atmosphäre. Da fehlt einfach. Ghost Host, danke für deinem Follower, herzlich willkommen. Der Bruder erschreckt sich nicht von Jumpscare, es analysiert sich und bewertet sich. Nein, Aridas. Also viele Games, das Game, guck mal. Wir spielen hier zur Zeit überwiegend Horror-Games. Und da wir schon Horror-Games spielen, habe ich den Entschluss gefasst mit euch zusammen, dass wir auch ein bisschen analysieren und gucken, was kann man besser machen, was wäre cool in so einem Horror-Game, was fehlt uns in einem Horror-Game. Und ihr seht selber, Digga, irgendetwas fehlt, es catcht einen nicht so krass, wie man üblich. Ich wäre jetzt schon viermal aus meinem Zimmer rausgestürmt, hätte meine Hosen reingeschissen, hätte schon achtmal meine Unterhosen gewechselt und hätte neunmal einen Handstand gemacht, mit einem Salter hätte man den Fuß angestoßen, sodass das Fenster kaputt geht, Vögel reinfliegen, reinkacken, ich ausrutsche nochmal meinen Kopf anstoßen und Blut rauskippt. Aber es ist nichts passiert. Und es liegt bei Fah nicht bei mir, es liegt an dem Game, bin ich ehrlich. Leo, was geht, bro? Leo, Leo. Leo, Kellen mal, ist gut. Er ist gerade, er redet über Scheißperfekt. Tut mir leid, Bro, Allah. Verzeih mir. So war es nicht gemeint, Bro. Du weißt doch, was ich meine. Gab er einen guten Appetit übrigens. Was gibt's denn Leckeres? Das kannst du vergessen, dass ich das lese. Kannst du falten, Digga, statt knicken. Brauchst es nicht knicken, du kannst falten. Oh mein goodness, das war jetzt unerwartet. Das war jetzt schön, das hat mich mitgenommen. Geil. Mehr will ich doch nicht. Mehr will ich doch nicht. Where the fuck did that door go? Where the fuck did that door go? Ja, das war ein geiler Jumpscare, das hat mich mitgenommen. War cool. Fußball. Aha. Okay, direkt. Unchained, ein evil... Ah, der Vater hat beide... Äh, Vater hat bestimmt die Familie umgebracht, ne? Well, well, what do we have here? Here you are. Cleveland Psychological Clinic. Don't be late for your appointment, darling. Unchained will so nicht zu spät kommen. Da versteckt sich doch was. Da ist noch Dokumente noch drin. Gibt's doch bestimmt noch mehr. Und was ist das? Das ist bestimmt ein anderes Game von euch. Und ihr wollt jetzt Werbung machen, gell? Schlau integriert. Super. Aber es ist halt uninteressant gerade. Ne? Wir wollen doch einfach nur uns in die Hosen scheißen jetzt. Gib uns den Rest. Spring in mein Gesicht und sag... Waaah. Doch nicht, okay. Spring du in mein Gesicht und sag... Waaah. Was ist der tiefere Sinn von dem Game? Der Sinn des Games ist, du bist ein Detektiv, hast eine VR-Brille oder so. Beziehungsweise bist du in einer Simulation drin und versuchst einen Fall zu lösen. Und wir sollen jetzt jeden Gegenstand antasten, betasten, somit, dass unsere Kamera oder egal was es jetzt ist, die Simulation quasi, erkennt, was für ein Evidence wir in der Hand halten. Und da wir schon in der Hightech-World leben, hat die Dame, die mit uns geredet hat, uns als für den Licht-Element, hat sie uns ein Feuerzeug gegeben, anstatt eine Taschenlampe zu geben. Anscheinend Türen sind auch automatisch. Das war's wieder nicht. Gran hier auf hat und wir uns aussuchen. Anscheinend Türen sind... Anscheinend Türen körperlich ihrer vorbeigenden Türen von Türen gegen den Türen und Türen between ten Minuten. Dann dann derug nach Türen darf man ankommen. Es wird Zeit, sich von den Guru-Bets wieder in die Hose zu scheißen. Ja. Genau das, Leo. Die sehen alle aus wie Ockern, Digger. Nur hier, in dem Bereich. Sorry, es ist eigentlich brutal, hat Potenzial, aber da steckt keine Liebe drin. Sorry, es ist krass, es ist cool. Und auch die Positionierung der Jumpscares sind cool. Die Positionierung der Jumpscares sind geil, aber es fehlt diese kleine, etwas, was so ein Jumpscare ausmacht. Und das gibt es ja einfach nicht in dem Game. Das ist ein bisschen, ich weiß, ich werde, bin ich zu nachtragend. Es hat Potenzial. Mörder, Mörder, ja, ja, Mörder, Digger, wer? Anscheinend, Mörder. Ich kann es nicht passen. Ehm, Charles Olive. Er zoomt plötzlich rein. Ich habe nichts gemacht. Ach, da ist ein Bild. Guck mal, wie geil sie das gemacht haben. Guck mal, wie geil sie das gemacht haben. Da ist ein Bild. Wie cool das war. Das ist einfach ein Bild, wie geil das war. Hier ist auch eine Dame. Ich habe das Gefühl, gleich kommt ein krasser Jumpscare. Kommt die Nähe. Ja, 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 doch, 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 doch. Ich gehe hin zur Frau. Digger, Bär, Gott dammit. Ich muss, dass ich Gas finde. Trumpgruppe, blive ich hin, aber schild. Ja, ja, wie immer. Huh? Ich habe das drange Gefühl, wie ich hier schon war. Oh, oh, oh. ich sag dass sie sich schritt für schritt annähern ja vielleicht ist auch ein early mäßig early access vielleicht ändern sie ja was also visuell top jumpscares sind auch super platziert die sind auch super platziert aber ist es fehlt dieser eine kick der mir sagt oh gott ich habe weiter zu spielen oder ich kann ja einfach gerade auslaufen es passiert halt nicht viel menso defsen ist es ihr das ich kenne? ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht es ist ein kreppes ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht wie wird es wenn wir mal versuchen gleich liegt es auch an mir bringe ich das nicht richtig rüber vielleicht bringe ich das gegen mich richtig rüber es kann sein ich möchte den haken der maxim ich will jetzt nicht deren deren arbeit in frage stellen wenn er sein dass ich einfach derjenige bin der ein bisschen abgeheizt wir machen das mal so ich mach mal chem aus und und ich kommentiere so wenig wie möglich so dass ihr einfach rein versetzt und dann können könnt ihr ja selber mal herausfinden ob das gruselig ist so Das war's. Das war's. Ah, locked. Six years of illness, there is one previous hospitalization. Describes frequent recurrent attacks. Six years of illness, there is one previous hospitalization. Yeah, okay. And now? Should I breakdance or something? Okay. I'm not in the circle. Thank you for your job. Glimmatis. Was war das jetzt? Wallah, keine Ahnung. Anscheinend wir waren in Diskothek, die haben einen Kreis gemacht um mich herum. Die wollten, dass ich gerade break ein bisschen. Gerade wo ich anfangen wollte, kam eine Frau. Das ist kaputt. Ich habe mich nicht mehr bemerkt. Ich habe mich nicht mehr bemerkt. Ich habe mich nicht mehr bemerkt. Ich habe mich wieder auf den Kopf genommen. Ich habe mich nicht mehr bemerkt. und die atmosphäre ist cool das ist geil man ich weiß ja was ist sind es ratten oder was ist das soll es darstellen ich mach mal ein foto ich muss wissen was soll das jetzt sein das ist ein kiefer sollen kiefer sein sollen so kiefer sein zu kiefer darstellen anscheinend doch krass dicker oben ist was ist das nennt man ein ct ein chelontomographie mensch von von hypothalamus von dem schädel was waren wir jetzt bleiben wir gehen weiter bis dann rein bis dann drüben was war man ja ich habe keine ahnung da hockt jemand mit sahne ich habe ich ein bisschen gas wie soll ich ein bisschen gas es ist 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 Ja, prüft doch! Wow, er ist aufgestanden! Ein Schatten ist aufgestanden und hat sich umgedreht! Wahnsinn! Das ist aufgestanden! Ein Wunsch? Ich bin da. Jetzt kommt die Prenzung. Aber das ist eine, die Nämme nicht. Es hat erholt. Nicht nur. In das? Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Das ist nicht so. Ich bin da. So, hier schau nichts trennt, hier schau nichts trennt, so, zack, speedrun, zack, 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 speedrun, Wer kennt noch das Lied? Von Lil Jon habe. Was hältst du eigentlich von Red Dead Redemption RP? Fände ich geil, Digger, fände ich richtig cool, aber wir brauchen halt Leute dafür, die mitspielen, dann wüssten wir einen Bandit machen. Das ist ein Bandit, mein Name ist Joe, children and Joe, ich bin schneller als mein Kleine Pistole. Und bei mir schieße ich mit Bleipatronen, mit Verlofnis zwischen meinem Bein, ich habe einen kleinen Pumpkin. Ich habe einen Dreibein, ich habe einen Dreibein. Mein Name ist Joe, children Joe. Ich bin der Bruder von Sarsulow und Kerkhofer Koroson. So was. Kältosch-Zuron. Die Lichter gehen hoch, ich muss die Lichter reinigen. Genshin Impact, geil, Genshin Impact, brutal cool. Ja man. Uhu, ich hätte richtig Lust auf Genshin Impact. Ja man. Ja. Wieso nicht gleich Fortnite, Digger? Ich habe echt keine Ahnung mehr was ich machen muss. Oder Chicas und Chicos, was geht ab Chica und Chico alle? Mein Name ist Joe, children and Joe. Mein Kleine Bruder, der ist einiger Junge als ich. Der ist Kelka-Wassari. Ich... So ist... ...Kell-O-Lan-O-Kern. Kell-O-Kern. O-Kern. O-Kern. Langfinger-O-Kern. Langfinger-O-Kern. Langfinger-Joe with the Headlines. Double-Pistol-Hairline. So ist... Double-Pistol-Hairline. Oder... Long-Gun-Hairline. O-Kern. Wie findest du den Spitznamen Long-Gun-Hairline? O-Kern. Bruder, ich weiß ja nicht weiter. Ob ich was mit Journalismus... O-Kern. 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 Schon zu zutreffen. So ist... Soft-Air... O-Kern. Du bist doch... Ja, shit, es ist lockt. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Es ist langweilig. Ich mag nicht mehr. Fällt gerade auf, dass wir fast denselben Banner haben. Echt? Das ist geil. Ihr habt denselben Banner fast. Ja gut, schau, wie die ist so ein King Crusader 3 sogar. Musstest du nicht Benzin finden? Ist das noch aktuell? Nein, ich hab Benzin hier. Alles gut bei euch. Vielen Dank. Auch bei uns ist alles fein. Dankeschön der Nachfrage. Oh Mann, was sollte ich denn machen? So, meine lieben Mods und Freunde, bis jetzt voll und ganz für euch da. Alter! Emin, bist du auch mal im Stream da? Hast du uns auch entdeckt wieder? Bist du aus Versehen auf meinen Twitch-Link draufgetreten, oder wie? eigentlich schon VIP jetzt, gell? So, mal her, gefinnt, schasch. Cool, schlatsch gleich ein. Ich hoffe, mein Gott, dieses Game ist einfach nur langweilig, sein Vater. Ah, lockt. Das war's jetzt, oder wie? Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt schreie, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein Kreuz für Kanzer, oder einiges Virus, das Menschen zurückgebringt, das die totale Menschen. Er spielt nur Just for Fun. Er spielt League of Legends Just for Fun. Es gibt so viele Spiele auf dieser Welt, die man Just for Fun spielen kann. Er hat sich dafür entschieden, League of Legends zu spielen. Just for Fun. Oh mein Gott, es passiert was. Es passiert was. Es geschieht was. Ich weiß zwar nicht was. Ich bin wieder mit meiner Maus rausgetappt. Es steht für eine Alkohol-Akohol-Akohol. Ja, es funktioniert. Ich bin wieder mit meiner Maus-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol. Ich bin wieder mit meiner Maus-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol-Akohol. Was willst du von mir? Ich bin wieder mit meiner Maus-Akohol-Akohol-Akohol. Es ist wieder so ein klassisches Erlebnis, dass wir unsere Familie umgebracht haben und die wollen sich rächen von uns. Das ist wieder so ein Klassiker. Wir haben unsere Familie umgebracht. Sorry, ich bin sehr sorry. Ich bin sehr krank. Das ist das. Filme. Ich bin sehr krank. Was haben wir jetzt gemacht? sieht wie jetzt das Arschloch aus scheint ja scheint wir sind ein Arschloch also nicht Gas, ich muss Alkohol trinken diese Fleisch sieht halb leer aus, jemand hätte daraus trinken sollen, ich möchte den Rest lesen wir beleidigen uns, wir machen Cam an, jeder holt sich ein Pizza Herzen an und so dann ziehen wir uns außen nackt und dann gehen wir nackt ich will dabei sein, nein Emin, du nicht, du magst uns nicht, einmal kann ich nicht aus mein Dings raus ist eigentlich eigentlich sowas, mag ich für dabei sein, sowas, zieh deinen Tanktopon aus wie sie sagen ich komm hier nicht weiter wie oft musst du noch trinken hast es bald ich kann nichts machen es ist arsch dunkel oh mein Gott shut up damn baby das ist genug das ist genug das ist auch ich geh mal aus Er hat gesorgt und seine Familie umgebracht. Nein, nein, das kann nicht wirklich sein. Das ist nur eine dumme Simulation. Das ist nur eine dumme Simulation. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I'm not afraid of you. You can't hurt me. I'm not afraid of you. 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 Oh, wieso gibt es hier, es gibt nicht mal den Musiker. Vielen Dank. Vielen Dank.